Es hat mich voll erwischt. Wie sagst du das? Mich hat's genauso erwischt. Wirklich. Ein echter Engel. Wo? Ich mein das Mädchen. Das Mädchen ist ein echter Engel. Ich mein doch keinen echten Engel. Manchmal denke ich, bist du wirklich so blöd oder tust du nur so? Entschuldigung, dass ich mal gerne einen Engel sehen würde. Ja, Entschuldigung angenommen. Aber was hat uns erwischt? Wieso benahmen wir uns wie zwei verliebte Teenager? Ganz einfach, wir waren verliebt. In wen? In das neue Mädchen aus der Nachbarschaft. Aber seht selbst. Ja, aber das ist eine andere Sache. Und ich versuchte, dass ich mich selbst zufrieden finde. So, find a way to... So, find a way to... Genau. Das geht? Oh, ihr seht so süß aus, wenn ihr schlaft. Für immer. Sie ist nahezu perfekt. Was heißt sie nahezu? Die ist perfekt. Richtig lieblich? Ich wette, wenn sie rülpst, riecht es nach Tulpen. Und wenn sie schläft, bleibt die Zeit stehen. Ey, unsere Kinder werden so schön. Ja, Mann. Warte, was? Wenn wir zusammen Kinder haben, dann werden die richtig schön. Wer sagt denn, dass ihr Kinder zusammen habt? Die Alte gehört mir. Sagt wer? Das Schicksal. Ich bin ein Stück Schokolade und sehe die heiße Milch dazu. Sie gehört zu mir. Nee, sie gehört nicht zu dir. Wer sagt das? Ja, das Schicksal. Ich gebe dir gleich Schicksal. Ja, versuch's doch. Und sie gehört mir. Und sie gehört nur mir. Messer habe ich. Gift habe ich. Zwei neue Opfer habe ich. Und, was meinst du? Für mich ist es ganz klar. Und zwar ist es eindeutig. Ja, jetzt sag's doch. Ist ja grauenhaft. Grauenhaft ist, dass du deine Füße in so einen Kunststoffverlies sperrst. Die können nicht atmen. Das sind alles Markenschuhe. Das ist mir doch kackegeil. Die können auch vom Papst sein. Die riechen alle wie Oma unter den Arm. Ja, und jetzt? Was rätst du mir? Oh, die Sandalen. Sandalen sehen kacke aus. Außer nimmst du was Winter an. Willst du, dass deine Füße abfallen wie bei meinem Onkel Eduard? Nein. Willst du, dass deine Füße abfallen wie bei meinem Onkel Eduard? Nein. Ja, dann hol dir verdammt doch mal Sandalen. Ansonsten... Wer ist das? Woher soll ich das wissen? Mach auf, ich bin mir im Brot in der Zeit. Gott. Äh, äh. Alles okay? Digga, hast du auch noch diese Erdnussfrutter von Lidl? Weil von der hier krieg ich immer mies Durchfall. Oh, krass. Süßes Zimmer. Danke. Warum sagst du danke? Das ist mein Zimmer. Und ich kann mich doch auch bedanken. Das macht aber gar keinen Sinn. Jungs, entspannt euch. Wollt ihr gar nicht wissen, warum ich hier bin? Doch, natürlich. Chips Cola. Ich hab euch jetzt schon ein paar Mal hier gesehen. Und wie es aussieht, sind wir jetzt Nachbarn. Ja, ist uns auch aufgefallen. Ja, und du bist wunderschön. Was denn? Ist doch so. Jungs, ich finde euch beide auch wunderschön. Und ich würde so gerne einen neuen Freund haben. Aber... Ich kann mich einfach nicht entscheiden, wer von euch beiden besser zu mir passen würde. Natürlich ich. Nein. Ich. Ich, 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 ich. Nein, ich, ich, ich. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich, nein. Ich, nein. Leute, chill. Ich überzeugt mich einfach von euch. Schaut mal. Ihr habt eine Stunde Zeit und dann werde ich mich entscheiden. Deal? Deal. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ja, äh, ach, wer, wer, hier so ein Pfeil? Kurz bevor man den fliegen lässt. Äh, wie bitte? Ne, egal. Ich werde dich mal deine Schönheit auf Papier bringen. Äh, meine Großcousine, das war die Nichte von Beethovens Nachbarin. Und die hat von dem das Malen gelernt und ich dann von ihr. Und das heißt, ich benutze die Technik vom großen Genie selbst, ne? Äh, Beethoven war doch kein Maler. Was? Na, Beethoven war doch kein Maler, er war Musiker. Hm, äh, nee, war ein Spaß, kein Späßchen unter Nachbarn. Ähm, ich habe es mir selbst beigebracht. Ah, okay, dann bin ich mal gespannt. Also hier noch ein Strich und dann haben wir es. Es ist fertig. Allerdings, darf ich vorstellen, ich nenne das Bild die Wasserlilie, weil du so blümchenhaft bist. Ja. So, was ist das? Na, das bist du. Ähm, echt skon. Danke, ich mache uns mal einen Tee. Wusstest du, dass Säugetiere über drei Kilo alle ungefähr gleich lang pikken? Also ca. 21 Sekunden, warum das ist, kein Schimmer. Alle haben ja den Honig, den Blütenhonig, ne? Antibiotisch, wenn da noch irgendwas zu tun. Da ist es ja. Die anderen Messer sind stumpf geworden. Digga, tu doch mal das Messer weg, die reden doch, wir sind Kinder oder sowas. Ja, sorry, das ist nicht. Alles gut, Jungs. Okay, und was wolltest du mir jetzt zeigen? Na, wie gut ich in FIFA bin. Ähm, okay, und du denkst, du kannst damit eine Frau beeindrucken? Ja, bei meinem Können auf jeden Fall. Bam, schon wieder ein Tor. Ähm. Kannst du kurz Pause machen? Ja klar, warum? Was ist denn los? So, es ist Zeit, was zu treffen. Gift? Hab ich. Oh, danke schön, süß von dir. Also auf die Nachbarschaft. Auf die Nachbarschaft. Warte mal ganz kurz, sollen wir nicht vorher noch mit Nelson anstoßen? Nein, das ist doch unser Moment. Okay. Prost. Warte mal ganz kurz, wie heißt du denn überhaupt? Nicole. Nicole, echt ein sehr schöner Name. Dankeschön. Okay, dann Prost. Schmeckt geil. Die schmeckt geil. Boah, die muss aber müde gewesen sein. Von wegen müde. Ich hab die Alte beobachtet, wie die irgendwas in ein Glas getan hat. Wahrscheinlich Gift. Ich hab die Gläser dann vertauscht, als sie grad nicht geguckt hat. Ich hab die Gläser dann vertauscht, als sie grad nicht geguckt hat. Bro, du hast mir das Leben gerettet. Ist doch selbstverständlich, Bro. Boah, Digga, danke, Alter. Du hast mir das Leben gerettet. Ja, komm, komm, ist gut. Wir gehen jetzt einen Tee trinken. Polizei hab ich schon angerufen. Okay. Komm. Oh, das war das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wollen, dass es cool aussieht, wenn ihr mir den Ball zuschmeißt. Da ist nicht ganz so cool aus. Auf jeden Fall hat es mega Spaß gemacht, das Video zu machen. Vielen Dank an dich, Nicole. Und vielen Dank an Dennis. Wichtig ist, dass ihr Nicole folgt. Auf YouTube und auf Instagram habe ich unten beides verlinkt. Checkt sie auf jeden Fall aus. Super cooles Mädchen. Dennis auch. Genau, Dennis ist auch ein super cooles Mädchen. Wir checkten Dennis auf jeden Fall aus. Instagram ist unten verlinkt. Sein YouTube ist auch unten verlinkt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Will von euch jemand noch was sagen? Nö. Danke, dass ich dabei sein konnte. Sehr gerne. Hat mega Spaß gemacht. Das freut mich. Mir auch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace. Peace. Und du denkst, damit kann man einen Scope beeinflussen? Beeinflussen. Ja, okay. Erstmal läuft noch das Wasser. Erstmal läuft noch das Wasser. Du guckst nach unten. Dann machst du das Wasser aus. Ich hab's doch dann auch schon aus. Ah, du machst dann schon früher. Ja, ich mach vorher schon einen Cut. Also es läuft. Du machst noch kurz so. Natürlich machst du mit der einen Hand. Bei der anderen muss du erst gut dranbleiben. Machst das Wasser aus. Guckst in den Spiegel hoch. Guckst erstmal im Moment ernst. Du kannst wirklich 5-6 Sekunden erstmal ernst gucken. Dann kommt dein Finger langsam hoch. Mach dir ein Smiley drauf. Und dann, wenn das Smiley drauf ist, fängst du auch an zu grinsen. Und dann guckst du nach rechts hier in die Richtung. Aber nach unten. Rechts nach unten, genau. Weil da wird gleich noch hier aus dem Winkel was gefilmt, wie du zu dem Toten, der da liegt, der sagst. Ja. Sag mir noch einen Ablauf zur Sicherheit. Also erstmal läuft dir das Wasser noch und dann mach ich halt den Wasserhahn zu. Genau. Schau dann nach oben so. Ganz ernst. Genau, guckst dich selbst an. Ganz ernst. Und dann. Was? Ne, der N-T-Filter. Der liegt da. Ja, und dann schaue ich mich ganz ernst an. 5 Sekunden lang. Ja. Und dann zeige ich hier diesen Smiley drauf. Und dann, wenn ich meine Hand so zurück, schaue mich nochmal an. Und dann, wenn ich meine Hand so zurück, schaue mich einfach an.